herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute free fire max denn heute ist freitag f free fire und ich spiele mit royal ranket und danach cs mode viel spaß ok wir sind schon mal hier oben in dem flieger ich werde diesmal auch ganz normal spielen das einzigste was ich nicht machen werde ist die waffen weg sind aber ich sammle jetzt sofort alles ein dann habe ich jetzt zwei nahkampfwaffen alles gut ja 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 Das gibt es ja so, je nachdem er so seine Lieblingswaffen mit denen er spielt, meine Lieblingswaffen ist einmal die Tore die ich hier schon habe im Nahkampf und dann die M24 oder die, wie ist die andere, ich vergesse meinen Namen, also hier eine Sniper dann noch Die SKS fand ich damals auch ziemlich nice, habe mit auch viel gespielt, ganz am Anfang, macht auch gut Schaden, wenn man trifft natürlich Das ist immer die Voraussetzung, dass man trifft Hier diese M82B oder die M24 Diese beiden Sniper finde ich richtig cool Ah, ich bin glücklich, ich bin glücklich Ja, ich bin glücklich, ich denke, ich bin glücklich Oh 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 So, den nochmal schnell mitnehmen, schnell rüberlaufen. Schnell da reinlaufen. Schnell da reinlaufen. Schnell da reinlaufen. Schnell da reinlaufen. So, ich glaube jetzt sind wir hier hinten fertig. Dann können wir jetzt losmarschieren. Der Rechter zeigt mir auch nichts mehr an, dass ich was einsammeln soll. Das heißt, wir haben alles. Ich kann nochmal schnell einen Arsenal-Schlüssel holen und dann ein Arsenal öffnen. Weil da ist nochmal eine bessere Rüstung drin und ein besserer Helm. Das gleiche haben wir auch, wenn wir so eine Kiste da oben drauf machen. Oh, die hat was gefunden. Münzen. Münzen. Ich möchte jetzt erstmal einkaufen gehen. Oh, ich bin doch schon vorbeigelaufen. Das ist doch kein Shop. Ist doch seine Mütte. Je nach Mütte. Okay, da ist der Schlüssel. Okay, da ist der Schlüssel. Ich bin ein Ei. Ich bin ein Ei. Oh? Ja. Und wie geht das? Ich bin ein Ei. Das muss ich mal schnell zurück Let's go Jetzt haben wir noch mal schnell bessere Sachen geholt Kommen wir hier oben kurz das Geld raus Der ist nicht der Hat er mit dem nicht angezeigt Und jetzt heißt es die letzten 12 Leute zu finden Personen, KIs, ich weiß es nicht Aber ich den mag Woah Nicht auf dem Kopf Da höre ich schon mal ein paar Leute ballern Killing spree 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 und das hat schon geklappt ich hoffe die leute die hier spielen sind nicht so gut also die gegner ich glaube bislang spielen noch nicht so gut das gibt es doch nicht keine gute waffe für mich keine waffen mit der ich spielen kann so jetzt aber schauen wir mal die ist nice aber ich will das mal in der hier spielen weil wir hier jetzt gerade nicht, aber warte mal ich kann noch eine rüstung kaufen und den helf, ich brauche keinen pilz ich rage mich, automatisch ich habe schon gebeten ich habe schon gebeten helft mir gegner gesichtet ich habe schon gebeten ich habe noch nicht ich habe schon gebeten ich habe schon gebeten die zwei töten jetzt ist es Nochmal, letzter Versuch? Ah, hier hatte ich die Dinge des 7 Zeugen. Genau, die Max 7. Was habe ich hier drinnen? Keine Leiter. Oh, ich weiß nicht. Die anderen Belangeweib sind ja. Gegner gesichtet! First Blood! Ace! Okay, da war nichts. Na ja, okay. Schade, schade. CS Ranked ist zu hart für mich. Ich war der beste Spieler aus meinem Team und der schlechteste... Ich wäre der schlechteste vom Gegner. Gut, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Ich sage, danke schön für Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Tschüss!